Die ZL1-CV-Update wird Ihnen präsentiert von SwissLife und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Die ZL1-CV-Update wird Ihnen präsentiert von SwissLife und dem Hotel Meiringen. Die ZL1-CV-Update wird Ihnen präsentiert von SwissLife und dem Hotel Meiringen. Die ZL1-CV-Update ist der ZL1-CV-Update wieder auf Kurs für einen Einzug in die nächste Runde. Ein Match zu Anfang an mit Isaac, mit Hertie auf beiden Seiten, mit spannender Phase und auch mit Chancen etwas ausgeprägter für den ZL1-CV-Update. Und in der 15. Minute hat es geklappt. Fabrice Herzog schiesst und tüpft und es heißt ZL1-CV-Update und Bern 0. Die starke Leistung des ZL1-CV-Update zu Beginn des zweiten Drittels mit Herzblut und Engagement hat man gespielt und die Partie mehrheitlich dominiert. Das hat sich ausgezahlt in den 28. Minuten mit seinem zweiten Goal. Schiesst auf 2-0. Fabrice Herzog! 2-0 hat der ZL1-CV-Update geführt. Dann ist Bern in den Spun gekommen, gleicht aus und geht sogar 3-2 in die Führung. Es hat einmal man gar nicht mehr gut gesehen für die Türke. Aber sie hat nochmal reagiert. Und dann sehen wir in den Blindenbacher. Es zählt der 3-3-Ausgleich. Alles wieder offen. Und hopp! ZL1-CV! 3-3. Es ist in die Verlängerung gegangen. Und nochmal eine Druckphase vom ZL1-CV. Man glaubt, er schafft es. Gegen Chance von den Bernern. Und es ist passiert. Die Berner schiessen das vierte Goal. Gewinnen 4-3. Und führen jetzt in der Serie mit 3-0. Moritz Traxler. Nach Traxler. Ich denke wieder auf die Verlängerung an die Phase, wo man so Druck gemacht hat. Und es hat wieder nicht gelangt. Es fehlt einfach der letzte Zwick. Ja, wir haben uns viel Erfolg für das Spiel heute. Ich glaube, wir haben gute Ansätze gehabt. Ja, sie sind gut gestartet. Dann haben sie 1-0 wieder geschossen. Sogar das 2-0. Und dann kommen sie wieder zurück ins Spiel. Und ja, es ist ein wenig frustrierend natürlich. Aber wir dürfen jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Und das ist schon durch vieles. Man hat schon viel erlebt mit dieser Mannschaft. Und ich glaube, das Schlechteste wäre jetzt, wenn wir einfach den Kopf ins Hand stecken. Ärgerlich natürlich, wenn man 2-0 führt. Und 3 Sekunden später ist es nur noch 2-1. Ja, ganz klar. Es ist einiges falsch gelaufen in diesem Schiff. Und sicher nicht optimal. Man weiss, es sind wichtige Schiffe nach dem Goal. Und dann geht es ihnen. Es war ein wenig ein Bounce. Und ich weiss nicht genau, wie es ihnen ist. Aber ja, so ist es halt die Play-Off. Und wir müssen jetzt auch weitermachen. Ja, ein wenig zusammenkommen in der Mannschaft noch mehr. Und heute, ich meine, jedes Mal war es ein Sand. Und es fehlt auch ein bisschen Glück. Das hat er schon mal eine Phase gegeben. Da hat der ZTC in den Schweiz zurückgelegt. 3-1 zurückgelegt. Hat es aber noch gehört? Auch das wäre nochmal möglich. Ja, ich glaube schon. Ich meine, die Spiele sind sehr eng. Und ja, keine Ahnung. Wir müssen jetzt auch das Spiel wieder analysieren. Ich glaube, wir sind noch mal näher dran gewesen, als in den ersten zwei Spielen. Und wir glauben daran. Ja, Reda Schäppi. Ärgerlich natürlich. Da führt man 2-0. Fühlt sich schon ein bisschen sicher. Und 30 Sekunden später ist es nur noch 1-2. Ist vielleicht das eine entscheidende Phase des Spiels gewesen? Ja, es war sicher sehr ärgerlich, dass man so schnell den Anschlusstreffer kassiert hat. Und das darf nicht passieren. Nach einem Führungstreffen muss man immer schön solid spielen. Das ist uns nicht gelungen. Nachher hat er sogar einmal Bern geführt. Dann hat er es einmal aufgeschafft. 3-3. Es geht in die Verlängerung. Und dann hat er noch ein Übergewicht vom ZTC mit vielen Chancen. Und dann das. Ein Gegenstoss. Und es ist passiert. Ja, so ist es. Es ist sehr, sehr bitter. Wir haben gekämpft. Wir haben alles versucht. Jetzt müssen wir auf Bern gehen. Wir müssen irgendwie noch einen Gang mehr finden. Man sagt jetzt natürlich 3-0. Da ist nichts mehr zu holen. Aber ich glaube, es ist doch noch eine kleine Chance da. Ja, sicher. Wir glauben an uns. Wir wissen, dass wir die Berner schlagen können. Jetzt gehen wir auf Bern und holen den ersten Sieg. Das war der Reda Schappi. Und dazu wünschen wir Toi, Toi, Toi. Und noch mal ein Interview. Auch in dieser Saison. Jungeàn звон parar die Nachrichten Untertitelung, die�arbe gay, und đChrist die Nachrichten. Als es das ankommt, ausser Sie 저기. Ja, sicher大ier. Untertitelung des ZDF, 2020